Herzlich Willkommen zu meiner weiteren Folge zum Auflösen Marsch. Heute werden wir uns Kühe kaufen. Vom Viehhändler umkaut man nicht der Arbeit auch noch. Des Weiteren wird die Wiese 21 umgeflügt. Das haben wir uns. Bei einem Herkopf hat er kaum was kann. Aber später brauchen wir ein. So, jetzt machen wir hier. Ja, nochmal. schwein nicht verdammt ich habe schwarz-weiß schwarz-weiß die habe ich gut das kostet wenig ich mache gleich unsere Kühe zum Tal fahren und dann noch ein Schraubkauf wird sich unsere Prationsrate auch mit erhöhen jetzt hätte ich doch einen ja auch nicht wer schwein 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 ja schwein 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 wir haben jetzt normalerweise 28 bisschen wasser gleich können wir vielleicht ein Erfurter besorgen 100% mich haben wir da 3000 nächstes 24 Stunden schwein oder noch mal schwein drinnen ne ja ne was sagen ja schon lieber einmal gucken wenn wir umsonst fahren ne c so und kraut ey hier sieht böse aus wir nass geschlafen und dann waschen wir immer wieder wie eine Formel 1 hier so c r menü q q q braun weiß schwarz w haben die koje so nun wir haben fürek 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 Klappen, sonst kann man die Kurve nicht getroffen. Die Erfahrung gemacht hat, dass das nicht gut geht. Jetzt können wir wieder ausklappen. Dann hat er hier beim Wenden Probleme gehabt. Eine alte Kartenstelle. Jetzt kann er weiter arbeiten. Wir können unsere Kühe. Die gehen auch gut voran. Das wird eine Weile dauern. Aber das geht hoch. Das haben wir schon noch. Können wir 200.000 nicht holen. Zündung reinstecken. Milch verkaufen wollen sie noch. Das ist ganz wichtig. So. Das passt. Am 16. Am 16. So. Haben wir es. Reingucken. Brot. Aber das ist kein Problem. Das machen wir schon. Nächstes Ziel ändert sich eh nicht. Später vielleicht. So. 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 Heißt. Zunächst mal. Kalken. scott fowelkalken. Dust fowelkalken. strik17. So. tryst fowelkalken. o$hack2. shut da. Aus, Futter. Einmal neu. Einmal neu. Einmal neu. Einmal neu. Einmal neu. So, ein paar Ball reinklacken hier. So, ob Stroh auch angenommen wird. Mit der Welliger, ne? Probierbar aus. Wasserparken? Vielleicht ne? Vielleicht ne? Vielleicht ne? Da geht die Saisonweg. Wasser. Landen noch kaum. Ja. Das ist ja keine Punkte. Schon mal niemanden haben wir warten können, ne? Ja, das hab ich schon mal gehabt. Hatte ungefähr einen Weg. Eine Wegkarte hier. Wurzeln. Ja. Kann man Wasserhahn drauf trinken, ne? Ja. Ah ne. Gut, Wasser hat er mal gekriegt. Dann können wir gleich nochmal frug Wasser holen. Wasserhahn. Kostet ja nix, ne? Kostet ja nix, ne? So. Wasserhahn. Wasserhahn. Wir morgen dann füttern den. In der nächsten Folge nicht. Ja. Ich weiß nicht, dass man hier unten. Bestand. Ja, drei. Ja, drei. Ja, drei. Ja, drei. Es ist einfach nicht so gut. Ja. Ja, drei. Ja, drei. Ja, drei. mal ist ein loch ist da ein loch wahnsinn leitung verlegen ich habe mir dafür klüger einmal kram mit dem Hahn aufdrehen und dann führst aber dann muss das eigentlich noch mal das ist das ist ein Dome und die 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 Klinageballen, M1 Strohballen. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Strohball ist oder gilt. M1 Ups So liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Auch ganz gerne über ein Appel. Ansonsten hören wir uns zur weiteren Mesenfolge morgen ab. Bis dann. Ciao. Ciao.